Das ist eine gute Idee. Das ist jetzt für gleich mal Position. Sie steht gar nicht so hoch, sondern die fährt mehr drüber. Das kann die schreie Variante sein. Unser Geburtstagsgebiet ist also auf die... Das ist noch gar nicht durch, Nummer 1 ist da, relativ klar wird, wird da sein, aber hinter 2 und 3 Flamidie, das ist ganz egal, das ist Ihre Stadt hier in Allen, hier geht der Fanggast, danke, dass Sie da sind, und das ist das hier mit, und weiter geht's, wo sind die Hände, wir haben das gleiche Wettbewerse, die gegen die Halbfinale, herzlich willkommen, Danke, Jörg, guten Morgen! You are off the top of your body! The Red Champion, Jörg von Miller! Und die Leute aus der Niederlande! Sie ist heute geworden, wie die der Freest niemanden wiedersehen. Als nächstes haben wir die erste Deutsche im Sünder Genal, also sie wieder schickt, und die deutsche Meisterin ist in Führung, auf welchen Adels ist über das Hütternis, aber auf der rechten Seite, und das ist wieder ein Stutz, dann schauen wir uns das hier, das ist gut geworden, der weißer Randy, in die zweite Runde! You are over! Und noch eine Runde! One like a nine! Und dahin ist dann noch fünf, aus dem Wiedererlande, 59, ab Stand Nummer 3, mit der Stand Nummer 12, das ist Esther Bereczi, die Frau aus Romene, und auch da gibt es einen Applaus für die Stand Nummer 13, Maxa Stöcker! Der Start ist auf heute, die Damen aus Schweden, der Stöcker aus Diemen, in der Holmdorf, mal schauen, ob das nach dem ersten Hütten ist, auch was so ist, ob das nach dem ersten Hütten ist, auch was so ist. Und wir haben momentan eine Führung, und diesen Niedern von Vertränen, und Lederman, Nummer 2! Marcella Limanachten, Nummer 23 vonocolate! Nr. 7,去了 NFL, nach Max broker. Nr. Wernerdorf, nach Abbassi, nachilim명. So, und dahinten mit der Stattung der Rüben, Ella, Honda, vorab, ich habe auch schon ein Ausfahrt, werdet ihr schon sehr oft gesehen, diese Hüte, die waren schon relativ fleisch, die haben die Zeiten jetzt gedrückt, die waren nicht so weit auseinander, und jetzt kommen wir zum letzten Hüte bei den Damen, Marion Tromberg, da ist wieder mal eine der Stattung der Frau, wo sind die Frauen? Alles klar, so gut, 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 Jürgen Tromberg aus der Niederlande. Ich bin noch mal, dass die Fels der Rüben rollt, der zweite Call, für den Mann, kann man jetzt nicht zum nächsten Final kommen? Applaus Lufthal, Marcel Gomi, Mario! Oberfrager, Paul, die sind quasi! Gomi Jussé, dann haben wir mit der Startnummer 11 und 14 die Verfolger, Céline Gomi und Gomi Cooper aus der Niederlande. Rauskommen also 1 und 2, die werden sich da auch nicht groß gekriegeln, das würde keinen Sinn machen. Aber sie müssen dann schauen, dass sie vor 3 und 4 im guten Forschprogramm, dass sie sicher ist, weil die keine Ahnung im Defekt haben. Die Kette ist es genau. Lufthal, Mario! Mario Koppel, der geniegt der Windpustel! Da ist es in der Niederlande. Und auch in der Niederlande. Und auch in der Niederlande. Der Schlag auf Schlag geht's hier. Wer sagt, dass das... Wem ist es langweilig? Der Schlag auf Schlag geht's hier. Keinen? Keinen, ne? Wer findet's gut hier in Rade? Wo seid ihr? Geht's euch noch gut? Ja! Habt ihr noch Stimme? Timo, Paul Hoffen, Paul Bielmeier, Nils, Robert, Rita und Dani Castillo, Monjola aus Mexiko. Das ist der erste Heat in Quart of Fire. Und noch... Musik darf man auch noch laufen lassen. Linus ist bereit. Und gleich geht's dann weiter. Ja, ich hab' gesagt, es ist ein fliegender Start. Die werden also mitten gehalten. Der Start hat die Startbomber erreicht. Die Bauer, Timo, Karl Hoffen. Der ist als erster... An Rang, äh... Profession 3 ist er losgeladen. Und zwar dann gleich toll. Mal schauen, wer ihm da nachfolgen kann. Sie, der Mann aus Frankreich ist das jedenfalls noch. Timo, Karl Hoffen. Eine Hunde, eine Hunde. Und mit der Startnummer. Ach, das ist Paul Bielmeier. Ja, und bei hinten sind aber auch der Dritten und Subplatzierte noch dabei. Ja, also das kann doch richtig spannend werden. Alle irgendwie zusammen. Denn es ist auch mit Rieker und Daniel Garner. Sehr richtig spannend. Auf Timo, auf 2. Die Startnummer 17 lief Robert Rieker aus Deutschland. Und Paul Bielmeier war weiter geschlagen. Holzmodelle auch für die Startnummer 24 für Daniel Kassi. Es geht weiter mit die Titel an. Und dann mit Daniel Garner, mit Kimmel, Cameron, mit Florian Hartmann, Simon Schinkenheimer. Wo sind wir alle wohl? Der Weltmeister! Versuch der Kassi mal zu kommen! Aber jetzt hier bei Stuttgart, ihr seid ihr Stimmungen! 15 Sekunden! 15 Sekunden! 15 Sekunden! Wir haben auch viele Leute beschleunigt. Jetzt versucht jetzt hier gleich in die Führung zu gehen. Und auch der Franzose, Thibauten-Terry-Garim, die fahren jetzt schon das zweite Mal gegeneinander. Hier kommt Führung gegen Heimer und der Mann aus Frankreich. Noch eine Runde, Lombard zu Go. Wir haben jetzt noch eine Kostung, Jean-Claude. Und er soll die Städte auswachsen, der will hier abgefahren. Er will mitspielen, Florian Hunt. Und der muss natürlich noch auf den Versuch des Haarsfinale. Thibauten-Terry-Garim! Hey, Simon Biedenheimer und Rang Nr. 3 für die 21. Für Florian haben wir ein echt tolles Rennen gefahren. So, als nächstes der nächste Heat mit den Franzosen-Schrotzenwörner. Claudi aus Deutschland, Thiero aus Ecuador und Lund aus Frankreich. Das ist eine super Musik für sowas, jawohl! Fünfzehn Sekunden! Fünfzehn Sekunden! Ja, die Stadt war 18. So sieht es ausgeht als Erster über den Sprung. Aber auch der Mann aus Ecuador. Diejenige, der vorher zum Fußunterdienst war, Sie erinnern sich, dass er es tatsächlich geschafft hat ins Doppelfinale und über zwei Runden ohne Kette gelaufen ist. Und hier sehen wir die Startnummer drei, ganz vorne zwei. Er geht in die zweite Runde. Dann die achte und die sieben. Die drei, das ist der Mann aus Frankreich-Schrotzenberger. Die zehn und die sieben ist. Sie sollen alle mitmachen. Entweder mit den Sprüchern vom Vorfeld weg. Oder mit Händen klatschen. Oder mit dem Nachbar ins Gesicht klatschen. Hauptverbrauch! Es ist der Mann aus Frankreich-Schrotzenberger! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Kommt der Köpfe, da war der Samp-Ammas-Iben, Juli Lan-Cla-Di. Danke schön! Danke schön! Und jetzt der Pferd Kramer, drei deutsche Kramer Eier, kommt aus Frieden, und jetzt in diesem Tisch die D 살아ge und so ist, der Müll auch schon warm ist, das ist von der langem Schicht. Oh! Auf geht es um den Vorsitzenden! Prof. Felix Kalfmann hier mit der Stadt von Rhein! Stefan Meier! Und der Mann aus Belgien fehlt uns im weißen Trikot. Und keine Ahnung, gibt es so eine Info... ...für Cindy von Neuen mit Willi im Ziel! So, das Semifinale, das Halbfinale! Und Cindy, der Freeze! Und jetzt Applaus aus allen! Halbfinale! Wow! Was für eine Stimmung! Da macht das Arbeiten tatsächlich Spaß! Toll macht ihr das! Und jetzt geht's gleich zusammen! Und ihr wisst, ihr dürft klatschen! Ich muss ruhig sein! Felix muss ruhig sein, wenn die letzten 15 Sekunden kommen! Aber ihr dürft klatschen! Ihr dürft immer lauter! Und dann vielleicht noch im Takt allen! Ihr könnt das! Also! Es geht zur Sache! Die Weltmeisterin! Die deutsche Meisterin! Das sind die Frauen, die hier mit sind! Und zwei Herren aus Wieningern, die hier mit dabei sind beim ersten Halbfinale! 15 Sekunden! Also die Niederländische Meisterin ist mit dabei! Und die Weltmeisterin, die wird gleich mal hier auf Fluchtversuch! Im West in das Finale zu kommen, weil da muss sie natürlich dann alles geben! Aber auch Ria Stievers, die ist ja auch nicht so oft in den Finals! Jetzt kommt erstmal die Weltmeisterin! Und dann kommt unsere deutsche Meisterin! Und die gehen jetzt in die nächste Runde! Das WM-Trikot! Das WM-Trikot! Das WM-Trikot! Gaia und ihr! Da haben aber Widerstandung auf 5! Das ist die WM-Meisterin! Die holländische, die niederländische Meisterin! Widerstandung auf 9! Die WM-Trikot! Der WM-Trikot! Der WM-Trikot! Der WM-Trikot! Liegt auch ein bisschen an euch! Das heißt, ihr müsst wieder Gas geben! Ich bin nur die halbe Miete, die andere seid ihr! Das heißt, ihr müsst hier wieder voll, 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 voll Gas geben! Hier kommt die Weltmeisterin! Gaglia Tornigna! Und dann kommt die Lia Schneebers! Schafft es! Ja! Sie schafft es! Die deutsche Meisterin! Es ist im Finale! Und auf Anno 5! Anno 5 von Dienst! Ja! Freut sich trotzdem! Thank you very much for coming! Ganz tolle Leistung! Und jetzt können wir wieder einen Tag quatschen! Groß seid ihr alle! Auf geht's! Auf geht's! Na gut! Auf geht's! Vielen Dank! Auf geht's! Wahnsinn, was hier abgeht! Diego Mariano Romero! Ulfimachino! Erono! Glasnet! Wahnsinn, dann aus Brasilien. Marcella Lima Matos, die hat sich das glaube ich nicht so vorgestellt. Die kann uns schon hören. Also, klatscht was das zeigt hier einmal! Klasse hat er das gemacht! Und dann kommt sie! Mariano Romero! In der 4th Position! 2nd Position! Toni Luzi! Von Brasilien in der 4th Position! Marcella Lima Matos! Popplates für Ela Holgrad von Sweden! Klasse hat er das gemacht! Wahnsinn! Zum 3. Mal! Der 1. im Weltcup! Gegen den 2. im Weltcup! Das hat es glaube ich bei einem Weltcup Rennen insgesamt noch nicht gegeben. In den Heats! Ihr dürft klatschen was das Zeug hält hier gerade! Und für den 1. im Weltcup! Und den 1. im Finale! Auf der Sonnenseite des Lebens! Wer kommt ins Finale? Super! Alle, hier kommt der Wer. Wir sind ja mal auf, Michael. 15 Sekunden. Ich bin auch gespannt. Gleich werden wir es wissen. 5 Sekunden noch. Und da ist Simon auf Rang 2. Jetzt schauen wir mal. Das ist alles noch offen. Eine Runde noch. One Red to go. Die Stadt Nummer 1 ist voll. Die Führer haben einmal die zwei Fernsehensenten hier. Hier geht es richtig zusammen. Es ist Simon wieder nach vorne gegangen. Vielleicht gibt es dann sogar einen neuen Weltcup-Gesamtführenden. Wir schauen jetzt hier und sind gespannt. Alle durchatmen. Gleich geht es zur Sache. Gleich müsst ihr schreien, was das zeigt. Geld auf Rang 2 ist hier. Simon gegen Heimann und Titouin per Iberle. Overall, World Cup for number one and number two on the first two. Nice. Das ist Wahnsinn Spannung. Der hier. Und dann kann man wieder aufs Takt klatschen. Und dann kann man wieder aufs Takt klatschen. Ich glaube, der beste Start von Felix Kausmann. Der ist ja auch ein sehr guter Starter. Der geht als erstes über das Hindernis. Der deutsche Meister. Das kleine Finale bitte zum Start. Da geht es um Platz 5, 6, 7 und 8. Und hier gibt es Applaus. Noch eine Runde. Zwei Fahrer. Drei Fahrer an der Spitze. Die Elf, die Zwei und die Sieben. Mit der Sieben Julian Claudi. Mit der Elf Stefan Mayer. Und dann hat man Turntin Schronzenberger mit der Zwei. Also zweimal Frankreich. Und hier ist ein Sportsmann. Der deutsche Meister. Der hat auf jeden Fall durch. Er ist gestürzt. Man sieht das. Das Trikot ist ganz schwarz. Aber wie heißt es immer? Dann geht es ums kleine Finale. Was ist das kleine Finale? Es geht um 5, 6, 7 und 8. Und hier schauen wir erstmal, wer ins Finale kommt. Und? Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ich muss warten. Finde ich, also finde ich kurzsichtig. Ich bin sozusagen sogar geläsert. Aber ich habe es nicht gesehen. Alle drei. Also willkommen zum Small Final. Ich kriege gleich die Information natürlich. Ja, was schon kommt. Schwedien und aus den Niederlanden. Didi de Vries, die niederländische Meisterin. Und alle sehen wir zum letzten Mal. Das heißt, die kriegen jetzt mal einen mega, 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 mega. Ich wünsche dir allen einen Applaus. Auf geht's. Bewegung tut gut. Bis der Linus gleich wieder unterwegs ist. Und unsere präsentische Fahrer ist gestürzt. Aufstehen wieder, genau, das ist kein Problem. Sie kriegt, muss den Lenker erst mal geraten. Und jetzt müsst ihr natürlich extra Applaus geben. Also, auf geht's für unsere Schneiderdaben aus Brasilien. Also, ins Finale hat es der Stefan Applaus. Ich glaube, Nummer 5 von der 9 und der 7. Dann haben wir Anemone vom Dienst aus den Niederlanden in Führung. Dann haben wir die Neunen, die Niederländische Meisterin und die Start. Please come to the Start, man. Hier sind unsere Damen aus Brasilien. Once again the small final, please come to the start. 5 und Applaus. 5 vor 9 und 7, wenn ich richtig geblieben habe. Also, auf jeden Fall, Rang Nummer 5 für Anemone von Dienst. Und Timo Zaloffel! Dreimal Deutschland, einmal Frankreich. Platz 5, 6, 7 und 8 werden jetzt ausgefahren. Und unser Linus, da habe ich echt den Spaß, der ist immer aufmerksam. Dann ist hier kommt Marcella Ligalato, Frank Applaus, Sie hier in Aalem. Wir können klatschen, lass das sein, können wir also aufgehen, Aalem. Kleines Finale, small final. Ich brauche gar nichts mehr sagen, ihr klatscht schon im Takt, so muss es sein. Und Linus ist bereit, wir warten aufs Kommando. Und klatschen, weiter! Und klatschen, weiter! 15 Sekunden, 15 Sekunden. Und der Ende, der Start um 1 ist von der Thibaut Karlhofen. Ich erinnere nochmal, der schnellste in Time. Ladies, please, the big final, please, to the stage, now to this lineup. Und Felix Lausmann ist im Führung. Dahinter haben wir dann den Franzosen. Timo Karlhofen, das wäre dann ja noch ein happy end für den Felix Lausmann. So, this is the first call for the women's category for the big final here. The UCI Mountbike Eliminator World Cup in Aalem. The big final for the women's category. Ja, und was sage ich, der holt sich dann 5. Platz. Und da hinter, mit der Stand um 17, der letzte Deutsche, Nils-Romen Rieker. Ja, auf 3, 6, dann haben wir Timo Karlhofen auf 7. Und wir warten noch auf den Julian Claudi. Der nächste Deutsche, wo sind die Hände? Rang Nummer 8, Wahnsinn! Ach, du darfst heute im Bett stehen. Das hast du gut gemacht. Und schon geht es durch Rot. Auf der ganzen Redenzeichen, die deutsche Meisterin, LIA SCHWINER. Auf der, dann daneben, MARIEN PROBREITER! Und wir klatschen, wie wir es können in Aalem im Tag. Auch unser Oberbürgermeister ist dabei und klatscht mit euch hier bei diesem On-Bike-Festival. Auf geht's, Aalem! Wollt ihr das wieder? Hör mal bei den Aalem! Und der Linus steht bereit! Der kann leider nicht mitklatschen, deshalb müsst ihr selber mitklatschen. Wir haben das schön gedacht! Es wird spannend! Zwei Runden entscheiden jetzt! Über 7 oder Niederlage oder Holzmedaille. 15 Sekunden! 15 Sekunden! Zwei Runden! Wollt ihr euch? Aus der Registralle! Die Deutsche Meisterin hat Probleme mit dem Pedal! LIA SCHWINER ist aus dem Pedal gerutscht, ist aber gleich wieder, hat sich gefangen. Heit heute Morgen habt ihr Gas gegeben! Aber jetzt müsst ihr noch mal eine Schiffe drauflegen! Das Finale ist ange... Leute, das geht noch um eine Runde, wenn Sie hier vorbeikommen. Mit dabei, das ist die Weltmeisterin, aber auch Marion Vorganger. Also, die Weltmeisterin in Führung von Marion Vorganger. Und die Lula Stiebers, die ja Pech hatte, gerade geht jetzt an. Glo, Colleen, Glo, Silvia, Klausur, vorbei. Das Französisch lerne ich nie. Aber es wird interessant. Anfangen zu klatschen, das können die Hören aus der ganzen Strecke. Auf geht's, Arlen! Der Wahnsinn, eiskalt geht's an da. Über den Rücken, verrückt, was hier abgeht, was ihr hier zeigt. Und wir sind froh, da kommt die Weltmeisterin. Applaus für das Geburtstagsgild aus Italien, von Italien, Gaia Grimera! Second Position für die deutsche Meisterin, Lia Schrievers. Dann Rang Nummer 3 für Colleen Glossé. Was ist mit Marion passiert? Hoffentlich hat sie sich nicht arg wehgetan. Die fehlt uns. Was ist mit ihr passiert? Hoffentlich. Da kommt sie. Wo sind die Hände? Wo ist alle? Siegerin der Herzen in Adolf. Alles riskiert und so muss es sein. Schade. Aber Rang 2 für Deutschland. Das ist eine tolle Geschichte. Obwohl sie ja, die Lia, die hatte ja richtig Pech hier am Anfang. Das heißt, es wird euch nochmal einmal richtig Gas geben. So viel, so laut wie nur möglich. Konter Schorzenberger aus Frankreich. Tituan Berin Gagné aus Frankreich. Stefan Mayer aus Deutschland. Und Simon gegen Heimann. Der Weltmeister aus Deutschland. Und wir können in dem Takt klatschen. Die Hände. Jetzt brauche ich alle alle noch. Also nochmal loslegen. Ja, so muss es sein. So macht ihr das auch hier. Alle mitmachen. Super. Das Finale ist angerichtet. In wenigen Sekunden. Bis wir erstmal, wer als Erster hier aus der Startbox geht. Und in wenigen Minuten, wer Arlen mit nach Hause lebt. Auf geht's Arlen. Und die Musik kann jetzt nochmal voll Gas geben. So, ein Applaus für Julius. Der hat jetzt gleich seinen letzten Auftritt. Mit 15 Sekunden, sobald er anfängt zu laufen. Nein, du darfst noch Musik machen. Ich war ein bisschen zu früh. Der Felix, unsere beiden Techniker. Wir haben seinen Acht drauf. Wir sind immer dabei. Immer am Ohr. Richtig klasse. Mit euch zu arbeiten. Und wir geben nochmal Gas. Im Takt. Auf geht's Arlen. Super. Wahnsinn. Und jetzt kommt die Kamera. Ich hab noch ein bisschen Zeit, ich kann sie dir mal vorstellen. Crenat! Na, ich musste mal genau schauen, damit ich ihn richtig ausbilden. Kommt der! Schronzenberger aus Brandweich. Tituan Berien Gagné, der Führende in der Weltcup-Wertung, ne der Zweifanzierte. Dann Simon Gilgenheimer und Stefan Meier, der Weltmeister Simon. Stefan Meier, der im Wahnsinnsrennen gefahren ist. Zweimal deutsch, einer wird auf jeden Fall an die ersten drei kommen. Und wir klatschen, was das Zeug hält, wir können noch in Armen. Ich weiß, das ist anstrengend, aber morgen habt ihr freies. Und wenn ihr wollt, könnt ihr am Montag auch noch freinehmen. Schickt einfach eine E-Mail an den Oberbürgermeister. Der wird es dann in ewig. Der schützt jetzt schon den Kopf. Und es wird spannend. Jetzt geht's noch einmal für die TV-Übertragung. Über die Gesichter. Und auf geht's jetzt! 15 Sekunden! 50 Sekunden! Und am besten kommt der Franzose her. Außen der Startbox, Titouin Perignon, der französische Meister. Der rechten Seite ein bisschen lang. Da ist vorne! Die beiden, Titouin Perignon, und sie sind im Gegner. Und gehen als 1 und 2 in die letzte Runde. Da haben wir die Stadt Nummer 11. Ein Super-Fendant für Stefan Meier aus Deutschland. Dann die zwei. Der Mann aus Frankreich Schrotzenberger. Der ist hier am Hinterrad. Also es wird spannend bis zum Schluss hier in Adeln. Ich hab's. Felix, wenn du darfst nochmal Vollgas reinmachen. Und der Franzose ist hier für uns im Geld. Versuch's nochmal! Versuch's! 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 Wahnsinn! Und Rang 3 gegen 1 der Franzose. Der Franzose in Südkwan, Berlin-Garnier. Verrückt! Millimeter-Entscheidung! Tillich! Timo gegen Heimann! Der Franzose in Südkwan! Heimann! Ja, ihr noch viel Glück hat uns vor. Der Kiel-Türkwan! Der Kiel-Türkwan! Aber wir müssen eine nicht vergessen. Rang Nummer 4 und 5 einmal haben wir den Stefan Meier. Da liegt er am Wort, ist total ausgebaut. Applaus für Stefan Meier! Und Felix Leifmann, der deutsche Meister, gezeichnet vorm Sturz. Auf Rang Nummer 5, toll! Die Kinder dürfen ich übrigens nachher im Rathaus beim Oberbürgermeister ins Goldgebuch der Stadt eintragen. Also, das gibt's nach der Siegerehrung, die dann jetzt gerade vorbereitet wird. Das war Meier, was er hier abgezogen hat. Alle, ihr seid der Hammer Hansel! So, wir brauchen Tituan. Tituan, wir brauchen dich zur Siegerin. The third place, please come to the awards only. We need you here with the Tituan. The third place, Tituan, Therine Garnier, please come to the awards ceremony. We need you here. Tituan, Tituan, please come to the flower ceremony. Tituan, here is coming. Tituan is coming for the flower ceremony. Die Siegerin findet gleich statt, aber wir brauchen noch eine human ceremony. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So, für die Blumen, für das TV, gibt es jetzt dann auch noch mal kurz eine Ansage. Okay, Susi, die gibt es mir einen kurzen Wink und dann kann ich das sagen. Also, für die Siegerehrung brauchen wir...